Ich begrüße euch zu einem weiteren Spiel hier auf meinem Kanal SeedMovie. Mich freut's, dass ihr eingeschaltet habt und heute legen wir mal los mit dem Spiel Deponia. Ja, es ist schon etwas älter, kann man sagen, aber ich glaube, dass solche Spiele wie Deponia niemals zu alt werden, um es mal anzuzocken. Und mich freut, dass ihr eingeschaltet habt und wir legen einfach mal los. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nur grob worum es geht. Es ist halt ein Point-and-Click-Adventure, was halt sehr viele Preise auch kassiert hat in der Vergangenheit. Und das ist auch schon mal ein gutes Indiz dafür, dass das sehr viel Spaß machen könnte. Und da legen wir einfach mal los, würde ich mal sagen. Auf ins Abenteuer. Also wie schon erwähnt, es ist ein Point-and-Click-Adventure. Das heißt, wir klicken jetzt mal hier auf Neustart. Ich habe noch gar nicht angefangen. Und hier sehen wir schon mal, was machen wir hier? Also wähle deinen Inventarmodus aus. Okay, also einmal mit Mausrad oder mal per Klick, klassisch. Ich würde mal sagen, wir machen es mal wie vorgeschlagen. Sprich, empfohlen wird hier per Mausrad. Machen wir es mal. So, und was müssen wir jetzt hier machen? Also, was können wir hier auswählen? Hier können wir einige... Ja, hier ist eine Karte. Und ich glaube, wir fangen mal hier links unten an, oder? Glaub ich jetzt mal. In Kuwak, so heißt es. Also starten wir mal links unten. Mal gucken, was jetzt passiert. Hm? Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir? Wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach, komm schon. Dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Okay, das hört sich mal sehr interessant an. Das ist also unser Tutorial, was wir jetzt hier machen müssen. Ja, wie schon erwähnt. Also Pointe-Click. Das heißt, wir können hier uns bewegen mit der linken Maustaste. Drücken wir einfach mal hier in die Gegend. So, und wir sollen jetzt auf den Wenzel klicken. So heißt der Kleine. Interessant. So, und das ist eine Schrottpresse. Ich hoffe mal nicht, dass wir hier verschrottet werden. Also mal gucken, was der Wenzel noch zu sagen hat. Computer, Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na, du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal... Ja, okay. Ja, was wollen wir jetzt hier erklärt bekommen? Also, das ist ja schon mal sehr amüsant. Also, wir können ja auswählen, wie man jemanden anspricht oder wie man ein Objekt ansieht. Ja, fangen wir mal mit dem ersten an. Wie man jemanden anspricht. Hm? Du klickst mit dem Mundsymbol auf einen Menschen? Haha, völlig falsch. Ich habe dich nämlich mit dem Sprechblasensymbol angesprochen. Jeder weiß doch, dass es in diesem Spiel kein Mundsymbol gibt. Dafür aber das Sprechblasensymbol zum Reden. Und mein Lieblingssymbol, das Rufus-Kopf-Symbol zum Dinge anziehen, essen und trinken. Wenn du das schon nicht kapierst, wie soll ich dir dann jemals beibringen? Aha. Okay. Okay. Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha. Und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem Zungensymbol, dem Augensymbol, ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Ja, das hört ihr noch am Plan an, also sprich, Linksklick bedeutet ansprechen und Rechtsklick anschauen. Und ich glaube, da meinte ihr dieses Yin, was da auf dem Boden liegt. Ja, das werden wir mal anschauen, also sprich, Rechtsklick. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst sie auf. Nein, das muss einfacher gehen. Wenn du meinst. Okay, also Linksklick nicht nur ansprechen, sondern auch Objekte aufnehmen. Ja, das ist so ein Klassiker. Ich glaube, das weiß jeder, der schon mal solch einem Point-and-Click-Adventure gezockt hat. Aber natürlich sehr nett umgesetzt für die Leute, die ja gar keinen Bezug dazu haben, zu solchen Spielen. So, das nehmen wir jetzt also mal auf. Auf geht's. Okay, ich habe die Klemmzweige aufgehoben. Aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar. Da, wo all deine Gegenstände hinkommen, du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Ja, stimmt. Das hatten wir eben ausgewählt. Also Mausrad einmal mal aufdrehen. Hey, da ist es ja. Genau. Das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Äh, ja. Also was haben wir hier? Einmal Yang und einmal Jim. So, das können wir auswählen. Oder? Ja, genau. Einmal Linksklick, dann irgendwo hin. Droppen. Geht das? Ne, das geht nicht. Mal schauen. Was machen wir hier? Ja, ja, okay. Und schon zu. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Ja, da haben wir unsere Ying und Yang zusammengefügt. Unglaublich. So, ist ein Ersatzteil. Ja, was machen wir jetzt damit? Ich glaube, wir können es mal zum Anschauen, ne? Rechtsklick, oder? Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Ja, okay. Das haben wir also fertig. So, müssen wir jetzt noch was machen. Äh, wir können es mal nehmen. Ach so. Und auch aus dem Inventar rausziehen, indem man einfach hier rausgeht aus dem Inventar mit der Maus. Das ist sehr praktisch. So, können wir es dem Wenzel jetzt geben? Oder muss ich das hier unauffällige Aussparung? Müssen wir das hier reinsetzen? Ich glaube, wir müssen es reinsetzen. Aber wir können jetzt erst mal versuchen, dem Wenzel das irgendwie, äh, unterzujubeln. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Okay, da wiederholt er sich. Also, dann müssen wir es wohl hier, ich glaube, was können wir machen? Schrottpresse? Können wir es hier in die Gannen reinkloppen? Oder hier, ne, das tun wir mal hier in diese Aussparung rein. Ha, es passt. Als nächstes musst du. Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. So, was nun? Also, wir können es mal anschauen. Dieses Ding soll ich also reparieren. Lass es, lieber Rufus. Das wird doch eh nichts. Ich weiß, für einen Laien mag die Situation unmöglich aussehen. Aber wie du weißt, ist unmöglich mein zweiter Vorname. Ich kriege das Kind schon gebacken. Äh, alles klar. Okay, so, nutzen wir das mal. Betätigen wir mal den Schalter, oder? Geht das? Na, das geht nicht. Aber wir können die Schrottpresse vielleicht auch nutzen. Aber wir können es mal anschauen. Dieses Ding soll ich also reparieren. Lass es, lieber Rufus. Das wird doch eh nichts. Ich weiß. Für einen Laien. Aber wie du weißt... Ja, gut, das wissen wir. So, was machen wir jetzt hier? Können wir das hier betätigen? Rausziehen können wir es auch nicht mehr. Wir können mit dem Wenzel vielleicht mal sprechen, was der zu sagen hat. Mal gucken. Ach ja. Ja. Ich wollte dir noch erklären... Ähm... Ach, völlig falsch. Oder richtig. So, was machen wir jetzt hier? Also, Schrottpresse. Können wir die betätigen? Dieses Ding soll ich also reparieren. Lass es, ich weiß. Aber wie du weißt... So, aber was machen wir jetzt hier? Ah, Knopf. Meine Güte. Man muss auch genauer hinschauen. Jetzt haben wir Sieg und Yang hier reingeklöppelt. Und da steht ein Knopf. Oder zumindest sieht man es. Also man muss mit der Maus halt rumfahren. Was haben wir? Schrottpresse. Gibt es noch was anderes, was hier zu betrachten gibt? Ne, Wenzel noch hier. Poki. Wer ist denn Poki? Komm, da schauen wir mal kurz noch. Wer ist denn Poki? Ein freundliches Hussa und herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit. Wir haben eine Edition eines unserer Spiele mit einem Entwickler-Kommentar veröffentlicht. Und du bist einer der stolzen Käufer. Und deswegen kann ich dir auch ein paar Sachen über unser Spiel erzählen. Und zwar in diesem Falle ist es Deponia. Ja, der erste Teil der gleichnamigen Trilogie. Und da du die Version mit dem Entwickler-Kommentar hast, hast du natürlich auch gleich die nächsten beiden Teile gleich mitgekauft. Das war ein sehr schlauer Zug von dir. Bevor wir aber richtig loslegen, kriegst du hier etwas ganz Besonderes. Und zwar ein kleines Tutorial. Ich bin mir sicher, du weißt ja wahrscheinlich, wie man einen Point-and-Click-Adventure spielt. Wenn du es nicht weißt, dann wirst du hier auf eine kurze und amüsante Art und Weise noch einmal in die grundlegenden Mechaniken eingeführt. Ich hoffe, es macht dir auch tatsächlich Spaß. Falls ich vergessen habe, mich vorzustellen. Mein Name ist übrigens Poki. Oder Jan-Müller-Micha-Elis. Aber Poki, du kannst mich ruhig duzen, wenn du mich ansprichst. Du wirst mich im Laufe der Trilogie halt noch das ein oder andere Mal zu Gesicht bekommen, beziehungsweise mein Comic-alter Ego. Ich greife nämlich im Laufe des Spiels hin und wieder zur Gitarre und fasse die Ereignisse ein wenig zusammen mit einem weiteren fröhlichen Husser auf den Lippen. Und natürlich kannst du mich auch in fast jedem Raum wieder anklicken. Und dann erzähle ich dir etwas über die Produktion von Deponia, die ja tatsächlich über sehr viele Jahre angedauert hat. Nicht ganz so lange natürlich, wie ich hier spreche, aber fast genauso lange. Also, viel Spaß. Ja, das ist immer sehr cool. Die Entwickler-Kommentare sind auch am Start. Und sobald man diesmal auch genutzt hat, ist es immer halt hier ausgegraut, dass man schon mal weiß, ob man es sich angehört hat oder nicht. Ja, sehr cool. Hätte ich als erstes anklicken sollen, aber trotzdem, ja, jetzt als kleine Rand-Info warum nicht. Und ich würde mal sagen, wir legen jetzt einfach mal los, indem wir jetzt mal einen Knopf drücken, mal gucken, was passiert. Ähm, Rufus? Einen Tipp hätte ich dann noch. Ich habe dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken und schon... Ach, ich liebe Tutorials. Na, was war das denn? Und auf geht's ins Abenteuer. Du alte Memme, denkst du hast Probleme? Nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezäter, Gedenke der Väter. Sie lausten in Armut, umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren, schien, war einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit, frag er, ich bin Slice. Macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Busser, er muss dann mal weg. Deponia! Sonst? Sonst? Sonst?